Heute ist ein guter Tag, um dir darüber klar zu werden, dass deine Partnerschaft einzigartig ist. Vergleiche sie nicht mit anderen Partnerschaften, denn ständiges Vergleichen führt dir lediglich zu Unzufriedenheit. Du hast dich irgendwann für deinen Partner entschieden und dafür hattest du sicherlich einen sehr guten Grund. Mach dir bewusst, was dich damals an deinem Partner angezogen hat, was du an ihm geschätzt hast. Hat sich seitdem tatsächlich so viel verändert?